weiter mit chaos gate demon hunters zweite woche müssten wir jetzt sein wir haben letzte woche tatsächlich gegen chaos space marines von der death guard gekämpft und wir haben immer noch hunter hemi hier hallo hunter hemi wir machen ein paar level ups und dann verpassen wir zwei random missionen und machen heute wahrscheinlich den dreadnought wenn er schon auftaucht bin ich ganz sicher wie früh die mission kommt aber erst mal level ups haben wir noch eine waffe zu verteilen an unseren super op carry interceptor der brauche moment einfach das ganze gute equipment auf sich vereint unendlich stark aktuell der kriegt credo dann kann der nämlich dann kann der nämlich vier mal schießen bedeutet wir können zwei runden sperrfeuer mit dem durchziehen ohne dass wir diese kleinen magazin hier austauschen muss die der sich irgendwo aus dem hintern zieht weil weiß gott wo space marines ihre munition verstecken einfach nicht fragen dass er das ist so ding ich habe tatsächlich im internet nachgeschaut mittlerweile sind die models die du kaufst tatsächlich ein bisschen taktischer ausgerüstet mit so munitionsgürteln und hier so überschenkel magazintaschen und sowas das sind also diese alten 80er jahre nackigen space marine sachen wir müssen handgranaten wieder reinpacken auf allen leuten das hätten ruhig zwischendrin machen können das haben wir fast vergessen fast vergessen ja wir durften ja letzte runde keine handgranaten benutzen fußkram trotzdem super geklappt weil wir Profis sind so justica du kriegst auch deine kriegsausrüstung handgranate fragment apothekarius wie heißt du melkis du bekommst noch ein level up wir müssen sagen wir mal die namen merken weil langsam werden das gute gute krieger ist da merken so ach du hattest ja eh keinen dabei bei dem müssen wir gar nichts machen außer level up wir gehen in heilung rein wir wollen nämlich hier hoch damit der eine handgranate und ein servo schädel dabei haben kann und die servo schädel haben dann mehr munition steht hier wir können die dann öfter benutzen was wir nicht unbedingt brauchen ist das hier weil wir wahrscheinlich keine bio mantie benutzen werden und ich glaube dass das hier keine bio mantie ist wenn ich mich da nicht ganz täusche dafür braucht man das natetium dingsbums um leute zu heilen und ich glaube nicht dass ich das mit einem servo schädel machen kann so meinst du das arm ding so unser zwerg right wayne geht auch noch ein level up wo wollten wir denn hier hin hat granaten hatte ich gesagt ja direkt das heißt hier wird einmal geheiligte todeszone gebufft das ding kann er noch drei punkte rüstung zerstören uns unbedingt sein muss und dann ein zusätzlicher ausrüstung slot für handgranaten ich drücke immer ich drücke immer den knopf da unten das will ich gar nicht dass er sieht so aus als wäre das der knopf den ich drücken muss damit die level ups passieren weil der ist grün ja das ist schon verdächtig aber geheiligte todeszone mit dreimal rüstung das brechen das ist schon da ja aber die kostet dann extra extra warp die kostet dann plötzlich vier punkte oder so ein schwachsinn die sind teuer dann die verbesserten fähigkeiten wir wollten dem typ in den kriegsausrüstung slot den neuen servo schädel packen der kann der kann zwei punkte schaden machen aber das ist nicht das was wir wollen sondern der kann overwatch und sowas unterbrechen und das ist das was wir wollen weil das ist nämlich das was uns hier öfters mal im weg ist in den granaten slot regte erst mal noch die fragment die antipsi brauchen wir im moment tatsächlich glaube ich noch gar nicht wir waren noch mit dabei wäre es noch nicht ausgerüstet der rest müsste okay sein jetzt müssten alle wieder granaten haben na gut was sollen wir großartig machen an die beiden missionen da kommen wir nicht mehr dran der dreadnought spawnt hier das bedeutet wir fliegen mal in diese richtung haben wir sind da schon wieder ein loch im raum schon was so unser dings bums unser kurs kaputt ja muss noch reparieren bei zeiten ja noch benutzen wir die nicht erst wenn die große karte da ist wir haben die inquisitorin vertraut dass sie den bohr abwenden kann ich habe dumm gelaufen hat sie auf die schimpft doch gleich wieder hilfe der sektor fällt wie kannst du nur so wir kriegen jetzt erst mal forschungs cutscene glaube ich sogar die forschungs cutscene wo alle am tisch jetzt gibt es ärger abregelung des sektors wir schimpfen immer noch darüber dass wir die dass wir die kampagne nicht durchziehen können ja ich habe gedacht wenn wir schon lange drüber aber nicht so lange noch ein grey knight an bord dieses schiffes ein schwert halten kann die hat schon ein arg zerkratzt das gesicht die lady macht den job schon ein paar tage länger warum hat die eigentlich da so ein assassinen zopf am laufen die haare der hat gesagt wir dürfen nicht einfach so draufhauen sondern wir müssen ein bisschen chillen und schauen wo das alles herkommt wir haben ganz viel sieht schon gesammelt in der zwischenzeit ja das machen wir doch schon die ganze zeit wir schleichen mit einem kaputten schiff durch den sektor und töten zombies genau das was man als grey knight machen sollte in seiner freizeit ja wie ihr verschwendet ihr zeit indem ich an den tisch hier holt ich mache das schon die ganze zeit was ihr von mir wollt so ja als nächstes käme dann das hier und das gibt dann die erste story mission wir würden also erstmal was anderes killen nämlich hier drüben bräuchten wir tor der unendlichkeit damit können wir uns ein komplettes quad teleportieren als gefechtsoption total wir haben aber glaube ich aktuell nur eine gefechtsoption frei generell das heißt die forschung können wir theoretisch auch einen tag oder zwei aufschieben die sache ist die den servo schädel der saat extrahiert brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt später wenn wir die andere bunte saat haben die seltener ist als die grüne wird das interessanter wir machen erstmal das hier weil das ist zum einen umsonst und stellt zum schalte zum anderen ganz viel andere forschung frei die wir jetzt noch nicht haben können die hauptmission können wir noch nicht machen die wollen wieder mit uns schwätzen was gibt es denn wichtig ist so viel zeit haben wir heute gar nicht ich kann sie mit hilfe dieser saat den nexus ausfindig machen nein ich frage nur die psie resonanz hinterlässt in jedem samen der sporen aufspüren kann ja je mehr wir sammeln desto klarer wird der pfad zum nexus haha ich weiß wo der her kommt aber ich will nichts spoilern die erste story mission habe ich ja schließlich schon gespielt ein ort der nicht ständig von uns überprüft wird irgendwo wo sie ungestört sein kann jahrhundertelang das heißt es ist ein projekt das schon seit einer minute läuft ja sowie alles in war immer 40.000 du hängst du das erste mal mit uns nides rum oder wie sieht das aus ja viele wissen das halt einfach nicht wie hast du von uns erfahren die haben uns also verpetzt ja woher wissen woher weißt denn du auto maleos exakt wo unser strike cruiser gerade abhängt sind die wirklich so gut informiert ja müssen die dann haben die uns hier ans messer geliefert herzlichen glückwunsch ja gut das steht dem ordner maleos zu die können jetzt aktivieren so unsere rückkehr auf titan war nicht geplant was heißt war nicht geplant wir haben doch fertig gemacht oder war das nur zufall dass wir fertig machen konnten wobei eigentlich ist es immer nur zufall wenn man gerade günstig aus dem wort rauskommt unsere schlafen gerade das ein loch im raumschiff gibt andere deutungsmethoden für uns zählt nur dass der imperator uns dazu auserwählt hat einzuschreiten nagels solche muss gestoppt werden ja machte nur lunette was geht mein liebster charakter auf dem schiff mit der kann man sich wenigstens unterhalten ja so commander wir müssen effizient sein so diese fragmente vorläufige analysen weisen auf einen ursprung vor der großen heresy okay das ding ist wirklich schon seit 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 25.000 jahren ist die saad am wachsen nein die die heresy ist um die 31 32 und wir befinden uns in 41 42 hier die ecke sag ich ja 25.000 jahre das sind zehn sag ich doch ekelhaft was heretekten verbreiten schrottkot das ist kein deutscher satz da hat jemand hast du das selbst übersetzt lunette niemand weiß was da steht was du weißt du was ich mein ja hast du schon mal mit warp maschinen umgearbeitet cool seine maschinengeister waren verdorben und bösartig sie versuchten verzweifelt ihren makel selbst auf meine eigene gesegnete maschinerie zu verbreiten ist ansteckend auch noch was das dark mechanicum ist auf der seite der traiter jaja ich weiß so wie die chaos zwerge ja 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 so guter vergleich du sagst dich um dieses schiff aber es gehört nicht der priesterschaft was ist das denn für eine frage als wäre ich ein vollidiot ich habe gedacht ich wäre ein so die frage nach dem besitzen bezug auf die schiffe in der marine des imperiums und der astatis ist so alt wie der pack der den imperator und den mars zueinander brachte commander was ein satz besitzt ist irrelevant hecke hört dem mechanikum fertig du kümmerst dich mehr um dieses schiff als mit ich sag ich stelle hier gerade eine dumme frage nach der anderen das wissen wir doch ich wurde der edikt viele jahrhunderte vor deiner empfängnis zugewiesen ich habe gedacht ich wäre geklont worden auf diesem schiff was auf diesem schiff verbrachten zahlreiche großmeister ihre frühen dienst ja die geschichte der edikt ist legendärer als die aller die sich gegenseitig an bord befinden ich hoffe mal ekta hat das nicht gehört bauprojekte ist egal ekta was geht bei dir wir brauchen mehr saad bist du da anderer meinung ich würde es bevorzugen nörgelsdiener von angesichts angesicht im heiligen feuer zu reinigen okay ich war nur kurz durcheinander was grammatik angeht mit methoden der inquisitoren haben sich gewinnbringend herausgestellt ja ja das wissen wir doch alles hast du schon mal das stimmt nicht mehr noch nie der mann ist in purifier guck mal was er alles an sich kleben hat er kämpft vielleicht erst 500 jahre ich schätze ist seit gestern dabei und war noch nie draußen gewesen er hat immer latrinen dienst gehabt unzählige male ich habe mich durch hunderte infizierte gekämpft nur um ihre leichten als dämonen wieder auf verstehen zu sehen okay man okay komm mal runter er spielt mit dem leben er verändert es er verwandelt es in ein verderbtes zerbild seiner eigenen vorstellungen und seine schändlichen werke passen sich ständig an um zu überleben ja macht das sinn das war noch kurze gespräche ich ja ganz immer gut diesen lebenszyklus darin immer wieder verfolgt wir hängen wir hier bisschen rum schauen was so geht was zuerst kommt platz für mehr ritter was wollten wir als nächstes machen oder oder die wir können das nicht alles schieben ja machen die hier brauchen wir nicht bis wir nicht maxi bis wir nicht den sektor groß gemacht haben das ist schätzungsweise nach der ersten story mission richtig dann hau raus kommt jetzt erzählen wir das ganze jahr von alle zehn tage ein neuer servitor und danach gibt es noch upgrades dafür so viertelstunde dran noch nichts gemacht schmeißen wir eine mission bevor der großmeister anruft bitte dann müssen wir da durch jointen da ist er doch blöden wuchs wo das sieht gar nicht so schlecht aus bei deuter sie dass die zwei kriegen wir zusammen hin denke ich ja aber so eher als so also dass die das hier scheint ein schlechter highway zu sein was gibt es denn hier grimoires und verderbnis und requirierung herzlichen glückwunsch gut aber das sind auch nur zehn servitoren ist hier eine dings mission dabei eine technophage mission ne die sind beide geschenkt ich weiß nicht ob wir das schaffen von danach dabei das ist nur bei einem planeten ja wieso das hier so lang dauert und das hier nicht bin irritiert ob wir das hier schaffen und danach da und wir müssen den hier sowieso machen sonst wird es hier hässlich langsam sonst wird es da hässlich was gibt es eine quip hier oben das sah gar nicht schlecht aus es gibt eine neue lanze einen neuen storm bolter den können auf jeden fall gewonnen und irgendwas cooles bei dem anderen gab es und glaub sogar so ein psipulsor ja und eine lanze lanze und eine rauchgranate ist das glaube ich die uns da dann fehlt die macht minus vier fernkampf schaden die ist auch gut das hier ist egal die sind wer stehe benutzt keinen mensch flammenwerfer ist auch käse und servo schädel ich weiß nicht was der macht mit dem aus und ach ach der deck gegner auf das heißt das hier ist komplett für ein popo da waren wir gar nichts von nur die servitoren wären interessant aber ja wir brauchen sie gerade nicht mein ja wenn der wenn wir den dings gemacht haben den dread dann können wir 15 servitoren abgeben aber das kann man auch anders lösen problem ist halt dass ich nicht weiß ob wir neun tagen da sind das sind zehn tage wenn das die hälfte ist kann es sein dass wir jetzt gleich telefonieren müssen bevor wir noch eine mission gemacht haben flieg und sieg ganz ruhig dass der planet im hintergrund da ist doch ein strikt cruiser oder was hängt darum das ist ein schlachtschiff das ist ein riesen teil alter wir kriegen es wirklich nicht hin was scheiße dann muss ich gleich mal kurz auf die karte gucken ja wir können den wir können dir gar nicht einstimmen die ist kaputt das ist schade sie pulser wäre nett gewesen wird hier kriegen wir ein grimoire das ist auch gut das haben wir hier mission ohne einsatz von granaten gewinnen ich glaube das schenken wir uns potenziell ja wir haben auch dreimal verstärkung ne ja wir haben zum einen dreimal verstärkung eine mittelschwere mission ja da ist er ist nicht gerade da ist gerade nicht wirklich die zeit für na gut wo ist denn hier der planet dass da hinten oder event haben zwei weil irgendjemand ist hier draufgegangen gut mindestens schlachtschiff steht aus die emperor klasse oder so wir werden handgranaten benutzen müssen schließlich ja ja quick lebendig haben schon zwei tatsächlich schade dass wenn ich an das zweite ding dran kommen und egal was hier passiert wir bekommen auch nicht irgendwie einen bonus dass wir doch plötzlich in das zweite ding dran können das ist wirklich schade haben wir nicht noch das schwert rumliegen dass mehr krit macht krit schwert was hast du in der hand der hat das eh schon in der hand okay und wollte hat der standard aber wir haben doch den krit wollte herumfliegen benutzt doch gerade niemand der anhatte jetzt nicht mehr das heißt jeder hat jetzt irgendwas verbessertes dran ja die beiden sind verbessert die beiden sind verbessert der ist verbessert und die beiden sind verbessert gut er hat seinen helm noch wir haben handgranaten wieder drin dann runter auf quentan was auch immer wie ist der planet wenn dann zwei feuer frei teleport wenn sie weg geboostet achtung und jetzt sieht richtig eklig aus hier guck mal hier kriegst du direkt eine blume mit hackfleisch füllung das ist hier wie diese paprikas ja wächst direkt so am stamm nice easy was steht hier rum was ist das so zivilfahrzeug hat das einfach nur ja doch das ist einfach ein lkw aber mit mit schießluke dran ja gut das ist immer noch grimdark hier das was hier liegen komische dinge rum das hat doch was mit admac zu tun doch was ja sein dass das irgendwie das hier ist ein baugerät oder sowas jetzt war das nicht mehr wo müssen wir denn hin ach so das ist so eine mission die hatten wir bis jetzt glaube ich noch gar nicht das müsstest du kurz erklären naja die sind wir suchen die keine saat sondern hier sind alter ist es weit auseinander wir machen heute nur eine mission wir müssen dahin und dann ist da entweder ein priester oder eine blume die ziemlich gemein ist die müssen wir dann kaputt machen der vorteil hier dann ist aber wenn wir die zweite kaputt gemacht haben werden wir auf der stelle nach hause teleportiert egal wie viele wächter der blüte oder sonst irgendwas auftauchen wenn das ding kaputt ist sind wir hier raus okay und verstärkung kommen wir wahrscheinlich nur über oder sind das hier oben kraftwerk oder sowas ich würde trotzdem zuerst das hier angehen das sieht einfacher aus vom feld her weil da gehen wir einfach geradeaus darauf zu hier ist deckung hier ist unser freund schlurpi der kümmert sich hier um den gastank der sieht sehr vertrauenswürdig aus der kümmert sich hier das ist der vorarbeiter jetzt die anderen sind ja alle irgendwie weg jessica ist wieder geheilt jessica der hatte mal gesundheit minus vier das sind space marine so aufhören zu heulen grey knights kennen keinen schmerz die haben vergessen wie gras sich anfühlt und wie erdbeeren schmecken die haben alles vergessen was vor ihrem präpubertäre misshandlungs drama passiert ist ja wer andere blitzdingst muss halt auch selbst geblitzdingst werden das ist aber nur nebeneffekt so wir haben zwei drei felder frei schätze ich bevor die davor ernsthaft böse auf uns werden jetzt machen wir alle noch mal eins weiter auf und du hier triggerst die sache mal so wir haben einen kleinen spacey zombie und ich sehe da einen autogunner ja vier zombies die ist ein deathguard brothers was nein wir benutzen jetzt nicht zwei aktionspunkte was sollen das wir sagen wir schmeißen da die geheiligte todeszone drauf und dann improvisieren wir haben hier vorne diesen hübschen plasmaball offen den schon soweit wir und ich sagen kann sich Fliegt nicht mal so weit. Halte, hier ist nur noch Marmelade übrig von denen. An seiner Stelle wird sie nach Hause gehen. Eben gerade hast du noch gesagt, in der anderen Episode, die dürfen nicht einfach so nach Hause gehen, sonst kriegen die Ärger. Ja, das sage ich ja nicht. Ich will trotzdem heimgehen. Hallo. So, jetzt passt auf, wir triggern noch Overwatch von dem hier. Der hält ihm jetzt schön den Angeleckpolter direkt ins Gesicht und munitioniert ab. So, 8 Schaden, der hat noch 2 Aktionspunkte, das heißt er tostet den ganz in Ruhe. Jetzt macht der ganze Band Schischkupp ab aus dem. Wir können auch wem anders die XP geben, ich wüsste aber nicht so genau wem. Der hier braucht die tatsächlich, der muss ja seinen Dings noch machen. Du bist fertig. Äh, wir ziehen die anderen erst nach, damit wir hier nicht so dämlich rumstehen gleich. Und ewig warten müssen. Dann verschwenden wir hier noch eine komplette Runde oder 2, nur um hier fortzuziehen. Guck dir aus nächster Nähe an, wie der Arme das handelt wird. Das Publikum erscheint. Yes, brother. Warte, das Schwert gibt extra EP, gell? Ja, 50%. Dann hätte ich ihn einfach aus Spaß jetzt niedergeschossen. Ja, es gibt mehr. Ne, warte, die geben noch mal... Wie viel hat der jetzt gekriegt? 16. Das ist komisch. Die geben, glaube ich, noch mal 8 Punkte oder 12. Das heißt, 16 ist bisschen schräg, oder? Bin ich ja gerade durcheinander. Hm. Na gut, ist auch Wurst. Standing ready. Standing ready. Den Zwergakzent mach ich mal fertig. Ich hör den jedes Mal gern reden. Da lacht doch alles so fröhlich zwischendrin. Der Kram ist aber schwierig, ey. Den Namen habe ich nur ausgesucht, weil er den so kompliziert ausspricht. Danke. Was ist hier passiert? Hier regnet es Asbest von der Decke. Schneid's hier? Das ist Asche. Asche. Brennt hier überall, die Sau. Da fällt die Asche von der Decke. So. Da ist Saat, glaube ich. Na gut, wir holen Mr. Breach. Breach and Clear. Hier, der dreht die Tür ein und dann legen wir hier los. Ah! Haben wir gerade den ersten Kampf gemacht, ohne dass ich eine Handgranate gezündet habe? Ja. Ich bin schon hart drauf. Was ist denn da los? Das ist ein Glockenbaum. Ah, klar. Hat das was mit Weihnachten zu tun, oder? Nee, Glocke ist so ein Nörgelsymbol. Ja, das weiß ich. Ich kenne ja den Glockenpriester, den wir dann später noch sehen. Ja, aber die Leute nicht, ne? Wir sind nicht alleine. Doch, im Moment schon. Das ist mitten in der Nacht. In der Nacht. Ähm, 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 ähm. Kann ich mal kurz sehen, was der Baum kann? Löst seine Explosion in einem Bereich von 6 aus, verursacht 3 Schaden. Gut, es gibt nämlich noch so eine Blume, die schießt irgendwie für 5 Punkte Schaden auf 14 Felder. Die ist richtig ekelhaft. Das ist böse. Mit dem hier können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Der scheint nämlich nix zu machen. Der gibt, äh, Fernkampfschutz und macht nur Schaden in einer kleinen Aura. Das heißt, wir können uns Zeit lassen für den. So, ihr seid alle drei Boltis, ja? Was habt ihr denn hier Feines? Wenn ich da eine Granate drauf werfen würde, wird das dann kaputt gehen? Was ist das? Eine Packung Plasma. Eine Packung Plasma. Hier hinten ist irgendwo ein Portal aufgegangen, nicht? Ja. Ich würde gerne wissen, was da rauskommt, bevor ich hier voll kommitte und richtig ausraste. Ich meine, klar, wir können hier, ähm, Bruder Storm voll ausnutzen. Er schießt ja wahrscheinlich. Oh, hier ist volle Deckung. Wir können auf gar niemanden schießen. Na gut, dann machen wir einfach Pause. Wir machen Imperator-Richtspruch auf die drei. Schießen mit den Leuten, mit denen wir schießen können. Und lassen uns mal überraschen, was da oben aus dem Portal rausflutscht. Kann nämlich hier niemand gerade auf irgendwen schießen, weil das hier alles dadurch abgedeckt ist. Ähm, ja, wenn unser Justica schon ein bisschen höher wäre, könnten wir hier einfach durch die Wand durchchargen. Und ein bisschen Platz machen damit. Wir könnten hier hinten rum. Aber das hilft uns gerade alles absolut gar nicht. Die müssen dichter kommen. Ich würde sagen, wir gehen hier hinter das brennende Auto. Und lassen die Jungs ein bisschen hier angewackelt kommen, was? Werden sehr wohl machen. Ich sehe zumindest gerade sonst nichts, was wir tun könnten. Ich kann die alle nicht anschießen von hier, wo wir stehen. Weil wir hier vor der dicken Kiste stehen. Und rein kannst du auch nicht, weil du gleich eh flankiert wirst. Rein kann ich sowieso nicht, weil die hier Sperrfeuer ausgeben. Und weil die hinten ja gleich volle Packung auftaucht. Wir packen den hier hin, falls da Zombies rauskommen. Genau das hier. Dann kann die sich nämlich schnappen. Wir packen den hinter, soweit wir können. Der kann sich eh 2000 Meter weit beamen. Weil der sich teleportieren kann. Gibt es hier irgendwo volle Deckung, wo der hin kann? Ich will ihn eigentlich nicht da unten in dieses Loch werfen. Das macht aber eigentlich keinen Unterschied. Aber die Karte stellt sich quer einfach zwischen die zwei Sorgen. Aber die Karte stellt sich um nach hier und der macht dann, weil das der einzige ist, den wir direkt sehen können, macht dann noch Aegis. Wir machen Aegis nicht an, sonst kriegen wir nämlich sofort eine Warpwoge mit dazu. Na, der Baum hat gepupst, wie lustig. Hä? Na, Explusionsegel produziert. Zwei Spaceys, das war's. Oh, da ist das ein Flamer. Der mit den Hörnern. Hm. Die schießen durch unsere Rüstung durch die Dreckssäcke. Das andere ist aber auch nur ein Bolti. Na gut, dann haben wir hier potenziell Zeit. Wir haben noch zwei Verstärkungen, ja? Hier müssen wir halt aufpassen. Die machen so ekligen Siffschmier auf den Fußboden. Das ist nicht wirklich ein Flammenwerfer, den der da benutzt. Sondern der ist mehr so ein Güllewerfer, den der da hat. Wie aus CNC General. Quasi. Der ist ein Attrax Traktor. Das gibt sicher Ärger, dass ich das gesagt habe. YouTube fährt da sicher nicht so drauf ab. Ach, was? Stehen aber auch ranzig die Jungs. Was ist denn los bei denen? Kannst du die Deckung wegsprengen? Ja, klar kann ich die Deckung wegsprengen. Aber du hast eben so geworfen. Ne, weiter vor. Du musst vor die Deckung werfen. Warum? Dann kriegst du zwei von den Dudes. Dann weiter links. Vor die Deckung. Ja, aber dann fallen die ja alle nach da unten. Ja, was willst du denn sonst machen? Nix, mich aufregen, dass die Gegner nicht einfach herkommen und sich erschießen lassen vielleicht. Die sind halt auch mal gut gewesen. Ja, aber jetzt gerade nicht, jetzt ganz einfach nur lästig. Entschuldigung. Wir könnten unseren kleinen Freund Unterbrecherschädel benutzen, da rein marschieren und einen fetten Streuschuss von hier aus ansetzen. Auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, der da kann dann weit genug laufen. Er wird hierher getrottelt kommen und dann sprüht er uns seinen Güllewerfer in den Buckel. Du kannst ihn ja links auffallen. Wir könnten uns rein porten, den da schlagen. Dann wäre das hier weg, dann könnten wir frontalen Angriff machen. Ich habe ein bisschen Angst davor, den da einfach so reinzuwerfen. Wir schmeißen erstmal den Ballermann hier. Dann lassen wir uns mal überraschen. So ungefähr. Hilfe, ich kann nichts sehen. Dämliche XCOM-Winkel. So auf die Box drauf, dann geht die auf jeden Fall kaputt. Da ist auch Munition drin, wieso knallten die nicht? Fangt! Ihr Nögel-Nerds, lol! Schön da. Oh Gott, sind die weit geflogen. Jetzt habe ich mich noch mehr verblockt. Ich bin fertig mit dem Leben. Aber auch. Die. Ja, aber die regenerieren ihre Rüstung jetzt gleich wieder. Das interessiert die absolut gar nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Verdammt. Reißwein. Reißwein. Was sollen wir denn hier machen? Das ist alles scheiße, Mann. Läuft nicht. Also läuft schon, weil noch nichts passiert ist. Die Handgranate war ziemlich verschwendet jetzt. Der wird nicht so weit laufen, dass der die alle drei ansprüht. Die sind noch langsam. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hintersetze mit allen Leuten, kann ich es glaube ich nächste Runde so richtig knallen lassen. Außer die kriegen irgendwas Abgefucktes. Was auch passieren kann. Das gefällt mir gerade alles nicht hier. Aber wir haben gerade keine Möglichkeit da einfach so rein zu stürmen wie ein Farberserker. Ich denke wir müssen hier den Kerl in die Mitte packen. Rüstung anwerfen. Und hoffen, dass die Gegner nicht sehr viel schlauer sind als ich. Das war's. Ja bei Chaos Space Marines weiß man nie. Das ist ein gewiefte. Können wir die noch irgendwie mit der geheiligten Todeszone oder so ärgern? Ich hätte noch einen Imperator Richtspruch übrig. Der kostet nur einen Punkt. Tatsächlich. Guck dir die Range an. Für einen Punkt. Ich kann die beide verlangsamen. Die kann man nochmal verbessern. Oh oh. Der Flammenwerfer hat widerstanden. Der ist schon hart raus, ne? So hoffentlich passiert jetzt nichts Salz auf der Welt. Hat er irgendwen getroffen? Nein. Er hat nur gefakt. Geht er einfach so durchs Feuer? Nein, macht er nicht. Schade. Ich wollte grad sagen, der zieht eine Handgranate. Aber die mit dem Bolter haben keine Granaten. Die mit dem Melter haben Granaten. Die mit dem Melter, die Anti-Armor Jungs. Der da ist dran. Da war also gar nicht so zu lachen. Du bist dran, mein Kerl. So, was kriegen wir denn? Das ist okay. Was hat das gemacht? Was ist denn hier los? Dudes. Yes, Commander. Jetzt chillen wir alle mal, okay? Wir Yes, Commander. Chillen jetzt alle mal eine Sekunde. Problem ist, den da anzugreifen. Dann haben wir halt den da direkt an der Backe. Aber wir müssen jetzt hier was machen. Wir müssen hier raus. Ja, du musst jetzt aktiv werden. Wir könnten den vielleicht runter sprengen. Mit ein bisschen Glück. Die sind relativ weit geflogen. Nein, das sind eins, zwei. Das sind keine drei Felder, die wer fliegen muss. Der kleine Kerl. Wir nehmen hier direkt so eine Granate. Auf den Latz knalle quasi. So ungefähr. Mann, der Arme. Kann sein, dass der so Worms mäßig davon fliegen muss. Wahrscheinlich seit 4000 Jahren im Beats von Nurgle und wird einfach von der Granate eine Klippe runtergesprengt. Der bleibt wahrscheinlich genau hier irgendwo stehen. Weil das hier ist gerade kein guter Kampf. Ich stelle mich nicht unbedingt blöd an. Es gibt einfach gerade keine Situation, mit der ich arbeiten kann. Kannst du den anschießen? Kannst du natürlich nicht. Wäre ja noch schöner. Gut, wir müssen jetzt hier mal... Wir machen jetzt mal Druck hier drauf. Ist fertig jetzt. Auf, jetzt zerlegt den da hinten mal. Wir packen den hier hin. Wir schießen den ein paar mal an. Können die Leute einfach hier rausgehen? Was heißt das denn? Ach, der brennt. Ne, der ist... Der steht hier in diesem Siff-Scheiß drin anscheinend. Ja. Das ist nur Geschwächt, okay? Geschwächt macht nur Nahkampf, oder? Ja. Ist mir egal. Alles gut. So, wir zerlegen den da jetzt. Dann haben wir jetzt aber fast alle unsere Frags aufgebraucht, ohne dass wir irgendwas Sinnvolles damit angestellt haben. Tschüss. Ich meine, das hier ist das erste Blüten-Ding, das wir machen, von zwei. Ich will nicht, dass mein Korps defiled wird. Das hier ist ja nicht der komische Dung-Eater aus Scheiß-Elden-Ring. Wir könnten doch mal einen Imperator-Richtspruch versuchen hier vorne auf die beiden. Der da ist halt wirklich eklig. Der kommt da gleich raus und fängt hier an Faxen zu machen. Sein Kumpel ist ja betäubt da hinten, wenn wir so verlangsamt. Da steht einer, gell? Ja, wenn dem von hinten steht... Wobei, da musstest du halbieren. Ja, das ist halt alles ranzig hier gerade. Ja, aber du musst aktiv werden und du bist noch weiter zurückgedrängt. Ich arbeite da dran. Was handeln Sie? Die Sache ist halt die. Der hier hat jetzt noch einen Aktionspunkt und ich sehe hier keine Gegner, die noch aktiv irgendwie belästigen könnten. Wir versuchen es nochmal mit dem Richtspruch. Den geht hier doch dann auch langsam mal die Deckung aus. Wichtig ist eigentlich nur, dass der Flamer nicht an uns dran kommt. Weil du siehst, was sich hier anrichtet. Ja, der macht echt viel Freck. Geklappt. Bei dem Leben. Okay, der Flamer bleibt stehen. Das ist okay. Wir können hier noch Ehre dem Orden machen, aber das hilft uns halt auch gerade nicht. Wir können auf niemanden schießen mit dem. Wir können dem da Ehre... Wir können richtig ausrasten, dem Ehre dem Orden geben. Dann hat er zwei AP. Und wir können dem auch noch den Quatsch geben. Dann hat er vier Aktionspunkte. Hey, hallo! Wir versuchen es erstmal hier mit. Das wollten die ja sowieso, dass wir das benutzen. Wenn der dem die Fernkampfwaffe kaputt machen kann, kann es auch sein, dass wir den einfach ziehen lassen dann. Wir können hier noch voll raushauen. Ja. Ähm, betäuben lohnt sich nicht. So, was haben wir denn? Müssen wir kurz durchrechnen. Der macht vier Punkte Schaden. Der hat elf Punkte Gesundheit. Der hat dann jetzt ein AP. Der hätte dann drei AP. Wir könnten auch für... Das reicht nicht, oder? Jetzt macht er fünf. Ja, aber danach hat er dann trotzdem nur noch weiterhin zwei Punkte. Das heißt, der müsste all seine Punkte ausgeben, um den da zu töten. Ja. Ja. Der könnte dem irgendwie helfen dabei. Der kommt für einen Punkt bis dahin. Du musst den Punkt dann aber theoretisch abgeben. Stimmt. Ja, von dem. Weil der kann den ja nicht über Seite angreifen. Unleash me. Äh, der könnte den Schritt machen und den petzen. Was? Haben wir wohl leider auch nichts von. Weil, guck, der kann bis dahin gehen. Dann könntet ihr den auch nochmal angreifen. Dann würden wir hier alle ziemlich blöd rumstehen. Ja, vor allem ohne Deckung. Na gut, pass auf. Der nimmt die Deckung hier unten ein. Dann schießt der für null Punkte auf den. Warum schießt der da nicht mit? Hat der schon zweimal geschossen hier die Runde? Hat der nicht, oder? Doch. Auf wen? Auf den, der unten rechts an der Kante stand. Ach ja, richtig. Na gut, dann musste er eher dem Orden abgeben und dann schauen wir mal weiter. Dann improvisieren wir. Vielleicht kriegen wir ja was schönes zusammen. Ein Crit oder so. Ja, ein Punkt. Ein Punkt bleibt stehen. Das ist scheiße hier. Aber Täuben hilft uns leider nicht. Rüstungsdurchdringung auch nicht. Ich habe aber auch nicht wirklich Lust, dass unser Freund hier jetzt ernsthaft Schaden nimmt. Kann wirklich niemand irgendwas Lustiges tun. Der kann ja auch gerade nicht da weggehen. Der fängt sich sonst ein paar ein von dem. Was wird er denn hier kriegen? Der würde von dem da Schaden kriegen, nicht? Im Zweifelsfall. Deine Orden. Deine Orden. Ja, musst du, glaube ich, in Kauf nehmen. Ich glaube, viel düster, viel besser wird's nennen. Wir müssen ja hier was machen. Der wird von diesen zwei Leuten angeschossen. Ihr seid halt wie ihr seht. Wir müssen ja hier langsam mal voran machen. Wir können nicht alles hier rumstehen. Da werden die Gegner auch nur stärker von. Tatsächlich. Ja, durch die Bogen. So, na dann. Schauen wir mal dabei zu, wie unser Interceptor komplett zusammengeschossen wird. Wir haben uns zu verfolgen, Flammenwerfermann. Da. Ich hasse Flammenwerfermänner. Das ist auch die Ironie des Schicksals, wenn der Apothekarius verseucht ist. Wir können trotzdem nur noch nix machen. Und was soll das denn? Da hat er sich gerade vollkommen ausgedacht, was er da macht. Wir können denen nix tun. Die stehen alle richtig scheiße. Der steht ja in seiner eigenen Siffre drin. In voller Deckung. Das hier ist ein richtig schlechtes Schlachtfeld, auf dem wir hier gerade kämpfen. Ja, das ist ein bisschen gearscht. Wir können nirgendwo durch die Gegner stehen als besser als wir. Und ich greife jetzt nicht hier an. Der wird ja dann direkt wieder zusammengeschossen. Das ist alles, was sie machen können. Du könntest noch weiter nach hinten flitzen, um denen in eine bessere Position aufzunehmen. Ja, und dann gehen die hier in Deckung. Aber wir haben hier ja nix. Ja. Wir können hier rüber hüpfen, wie ein paar Trottel. Hast du von irgendwo ne Position, von wo aus du den solchen Mann da sehen kannst? Natürlich nicht. Warum auch? Wir können den da nicht raussprengen, weil wir unsere Granaten mittlerweile alle verschwendet haben. Du kannst den hinter den beamen. Und dann steht er da in Schwächung und Flammensiff. Nein. Hinter die volle Deckung. Wir haben noch niemanden, der auf den schießen kann von hier ordentlich. Ne, der muss auch wieder einen umparken. Toll. Ihn zum Beispiel. Wir haben hier immer noch drei Bolter-Marines abhängen, oder? Ne, zwei noch. Ne, da hinten in die volle Deckung. Hier? Nein, oben hittig. Da! Das ist viel zu dicht an dem da. Ja, warum? Der steht dann in voller Deckung. Ja, aber die schießen ja trotzdem auf den. Die andere muss halt attraktiver dann stellen. Wir müssen ihn heilen gleich erstmal, damit der nicht äh... Ja, du kannst ja dem da gleich AP geben. So, erstmal müssen wir den da mal gemütlich zusammenschießen. Okay, wir können keinen Warp benutzen, sonst kriegen wir wieder Wogen-Risiko. Riskierst nicht. Ne, bevor die gleich wieder zehn Punkte Rüstung mehr kriegen. So, wir schießen jetzt erstmal den Mülleimer da zusammen. Dann bist du den nämlich los. Ich würde gerne den Justica da nehmen. Wir können den eigentlich auch da hinstellen, dem passiert schon nix. Dem passiert schon nix. So, der müsste doch da nicht drüber sein. Ja, der andere von der Seite macht 4 Damage. So, der lädt nach. Ich würde den tatsächlich gerne heilen, aber dafür müssen wir mit dem Medic an den ran. Und der muss sich dann gleich auch noch selbst heilen. Alles bisschen ruppig hier. Oh, du hast so einen Schädel. So, er hatte Schädel, den habe ich einmal. Wobei tatsächlich werden wir jetzt erstmal nicht mehr versifft, gell? So, der hier hat Siffa drauf. Genau. Der hat Siffa drauf. Okay, jetzt nicht mehr. Du, du. Ist jetzt wichtig. Du kommst hier hoch und gehst in halbe Deckung. Und dann machst du Aegis-Schild an. Für fünf Punkte. Dann hoffe ich, dass die Gegner dich lecker finden. Du kannst nirgendwo in volle Deckung sonst gehen. Dann mach auch du Aegis-Schild an. Wir kriegen halt jetzt sowieso die Boge. So oder so. Kann nix gegen machen. Wir brauchen die Aegis-Schilder. Deine Munition sieht eigentlich noch okay aus. Von denen humpelt niemand. Das heißt, die machen jetzt irgendwas Verrücktes. Hoffentlich nicht Storm zusammenschießen. Okay. Damit kann ich leben. Ist jetzt wieder eine Verstärkung los. Ja. Wir sind wieder eine Verstärkung los. Das müssen wir tatsächlich so sehen. Ähm. Was macht ihr da? Kann ich euch irgendwie Böses tun? So, dass... der hier auch mitspielen kann, meine ich. Der kann... von da aus auf die Jungs schießen. Auf einen. Reicht doch erstmal. Reicht doch erstmal. Einer nach dem anderen. Dann kümmern wir uns um die Verstärkung. Dann kümmern wir uns um den Glockenbaum. Und dann kriegen wir das hier noch einigermaßen sauber zu Ende. Nachladen ist nicht das, was ich lesen wollte. Ähm. Okay. Pass auf. Wir schicken den nach hier. Hat die Rüstung dafür. Der kann da... Der kann da schon einfach so rein. Vier Punkte. Ein Seabolt. Wir füttern ein bisschen zu viel XP an... an unseren Hüpfern. Und dann hätte ich gerne, dass du nach da gehst... und den da einmal vollheilst, bitte. An den den Ohr reinrücken gedrückt. Problem ist halt, wir können da jetzt nicht einfach so rein marodieren. Weil hier brennt es immer noch überall und ist überall noch siffig. Der will aber Ärger machen, der Typ. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe mal, dass dahinter uns entweder zwei Spaceys spawnen oder ein paar Zombies mit schützen. Aber da können wir uns drum kümmern, wenn es soweit ist. Der muss noch nachladen. Mein kleiner Freund Rhyth. Ja, ich weiß. Ich weiß. Der steht aber gerade nicht besonders geil. Der Typ macht eh maximal zwei Damage, wenn er schießt. Du hast noch zwei Schuss. Das reicht mir theoretisch. Du musst nämlich auch noch mal Aegis anmachen. Ja, wir hätten ihn jetzt dahinter teleportieren können. Der hätte ihn wahrscheinlich zerschneiden können. Aber da hätten wir wieder viele, viele Willenskraftpunkte ausgeben müssen für... Stimmt, der muss ja auch ein bisschen... So, das da ist alles nichts. Dann können wir den nach hier. Schießen einmal auf den. Obwohl es nichts bringt, weil er die Rüstung wieder regeneriert. Aber... Vielleicht hat er dann irgendwelche Rache-Fantasien oder so am Laufen. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Willenskraft achten. Vor allem, wenn der Interceptor gerade wegen seinem Sperrfeuer alle Gegner tötet. Haha, voll in die Rüstung. Okay, ein Granatwerfer, ein Maschinengewehr und ein Bolter. Damit kann ich leben. Okay. Der rennt jetzt erstmal rein und erschreckt den Typ, damit er aufhört mit seiner Knarre da hoch zu zielen. Vor allem, ich habe die geschlechteren Position. So, der ganze Bullshit hier ist jetzt erstmal aus. Kein Feuer mehr, kein Siff mehr. Wir vernichten ihn da jetzt einfach und zwar erbarmungslos. Ja, das ist nämlich mal gut hier mit der ganzen Untätigkeit. So, der schießt jetzt auf den und dann bekommt der wieder die XP dafür. Es ist schrecklich. Hahaha. Kannst du da hinten schon ein bisschen Ärger machen? Kannst du tatsächlich abfahren? Das ist doch, oder? Das ist ein Granatwerfer. Ja. Das ist ein Machine Gunner. Und ein Bolter Marine. Das ist vernachlässigbar. Das sage ich einfach mal so. Zu einem Chaos Space Marine. Hey Interceptor. Hat schon genug XP-Glitch. Er macht ein Doppel-Level-Up in der Mission hier. 16, 16, 16. Ich höre, der Medic bleibt hier draußen. Der kann sich dann Sperr feuern lassen von dem Spinner da hinten. Kannst du es leider nicht ändern. Und der hüpft mal hier. Er schießt das erst eins nochmal. Das ist nicht so interessant. Er hatte nur gleich wieder keine Munition mehr. Die zwei Punkte schaden sie nicht so will. Ich hätte ihn lieber dichter dran für Streuschuss. Also erstmal die Gegner eine Runde ziehen. Vor allem der Granatwerfer wird dichter kommen. So, Aegis brachte hier auch nicht. Die Gegner sind viel zu weit weg. Der macht nichts. Der lädt anscheinend erstmal seinen Granatwerfer nach, nachdem der frisch aus dem Warp hierher teleportiert wurde. Das heißt da vergessen. Ja, hat er wohl. Ähm, ja. Das sieht nicht so aus, als würde ich gerade irgendwas schon passieren. Dann holen wir den Rest der Party mal dichter ran. Schmeißen dann Aegis an. Den können wir sogar offen stellen theoretisch. Da solle tatsächlich nichts passieren können. Vielleicht sind die Gegner interessiert im offenstehenden Space Marine. Gut. Dann äh, panzern wir den hier auch noch. Nächste Boge, gell? Ah jo, ist halt so. Was willst du machen? Wenn den da kurz ärgern, bringt uns halt nix. Äh, was ist das? Hier ist auch nix, was wir irgendwie explodieren lassen könnten oder so. Wir können nochmal den Richtspruch machen, aber dann sind die einfach nur wir, die Gegner. Und das ist ihm sein letzter, sein letzter Punkt. Der brauchst sowieso. Der muss immer einen Kill machen, damit er Schlachtfeldmedizin kriegt. Also, der Medic muss jemanden umbringen. Verstanden, Medic umbringen. Ich werde dich dran erinnern bei Gelegenheit. Verstanden, den Medic umbringen. Was? Was? Gut, jetzt mach doch mal einen Schritt mehr. Ich wusste nicht, dass er hat, er hat eine Mutation. Man sieht es an der Schulter. Ah! Die, die, die! Die, die, die! Die, die, die! Die, die, die! Okay, will mir niemand sagen. Du da! Stopp! Was macht Erschöpfen? Ist schon wieder weg? Ich glaub, ist schon wieder weg. Er war ja nicht besonders lang erschöpft. So! Was machen wir denn hier mal Lustiges? Natürlich stehen wieder alle zu weit weg. Ähm, können wir auf irgendwen schießen von hier? Nein, auch das nicht. Können wir irgendwo hingehen, wo wir noch zweimal auf irgendwen schießen können? Das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, sehr gut. Auf ihn da! Dann mal rupo! Dann, du hier! Oh, yes! Hast du genug Willenskraft nur noch einmal noch? Der macht so viele Kills, der klaut unsere ganzen Willenskraftpunkte. Er hat selbst keine. Der muss einmal das Maschinengewehr anschlagen. Ja doch, er muss. Damit er aufhört mit seinem Quatsch. Mann, Mann, Mann. Wir machen heute nur diese eine Mission und selbst dann läuft die Episode hier brutal über. Ja, heftig. Das ist halt auch kein schönes Schlachtfeld hier gewesen. Dafür bekommt aber unser Interceptor vier Level-Ups heute. Spamming ready. Ja, come on. So, den da müssten wir eigentlich noch töten. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Du musst den irgendwie anhitten, damit der Medic den beenden kann. Ja, muss ich. Reicht das? Wir brauchen die PC-Punkte. Der Medic macht, der Medic darf zweimal, gell? Der Medic macht sechs Punkte Schaden. Storm. Unleash me, your command. Ich weiß nicht so genau, wer den da tötet. Der Jessica kann nicht nachher. Er rennt aber voll durch Sperrfeuer dabei. Ja. Ne, macht er nicht. Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Voll. Kannst du ihn mit dem Purgator anschießen? Okay, wir schießen den. Wie viel Munition hat der hier noch? Zwei Schuss. Gut. Also einmal mit dem Purgator. Hilfe, die Welt geht runter. Dann schießt er. Dann schießt er. So, acht Punkte kriegt er hin. Der darf zweimal angreifen. Dann schießt er den Kleiner. Ja, den. Der Medic hilft hier. Der Medic kommt runter in seine Terminator-Rüstung und zerschmettert den. Hi. Nochmal. So. Eine Willpower. So, dann schicken wir unseren Brother Justica hier durch. Der macht Schischkepper verstärkt. Er raspelt den Mann. So, endlich. Dann haben wir noch einen Baum. Ja, der Baum macht gar nichts. Justice. Puff. Ich dachte erst macht nichts. Okay. Wir haben noch einen Baum. Wie weit war die Reichweite von dem Ding? Sechs. Lösen Explosionen in einem Bereich von sechs aus. Was soll das heißen? Eier, das ist um den Baum rum. So, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, wir können theoretisch bis hierhin ran, ja? Das wird nicht getan werden. Wir machen eine Feuerlinie auf. Guck mal alle ran. Wir machen eine Feuerlinie auf. Was? Weil die Rüstung regeneriert er wieder. Kann der das auch? Ja. Die Rüstung regeneriert, glaube ich, immer. Außer, du hast speziell irgendwie eine Anti-Armor-Granate oder so einen Mist geworfen. Ah. Ja. Guck, der ist wieder voll. Okay. Gut. Feuerlinie bilden. Du lädst mal nach. Klick, klack. Dann schreden wir mal die Rüstung darunter. Kann man einen Baum debuffen? Sieht nicht da noch aus. Doch, er blinkt. Baum immun gegen Debuff. Merken wir uns. Steht wahrscheinlich ja irgendwo. Immun gegen Nachteile oder so ein Mist. George, hier ist doch der Typ mal zusammen. Volles Feuer. Volles Brett draufhalten. Den Glockenbaum. Piepup piepup. Feuer. Ein Punkt Schaden. Wir gehen gleich besser einen Schritt dichter ran, hm? Scheiß Trick habt ihr hier inflicted. So, warte nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, das hier ist unsere Linie. Ab hier machen wir zwei Punkte Schaden. Ich traue der Sache nicht über den Weg. Der wird jetzt gleich von diesem Baum angeschmiert mit irgendwas. Die zwei werden jetzt gleich mit irgendwas angeschmiert. Hundertprozentig. Alter. Warum kannst du nicht einfach sterben? Müssen wir dich jetzt hier wirklich runter schießen? Nimm das, du gastiger Baum. Nein. Wie viel Verstärkung ist noch übrig? Eine Welle nur noch, gell? Eine, ja. Das ist doch ganz angenehm. Du bleibst da stehen, weil es ist egal, ob du einen Schritt dichter ran gehst oder nicht. Nein. Vielleicht die Maubbogen lassen sich halt was anderes einfallen. Ja, die reduzieren unsere Rüstung und so ein Mist. Und die reduzieren unsere Gesundheit. Also die machen schon auch Sachen. Aber das wieseste, was die machen können, sind halt Verstärkung. Das ist wies. Und halt nach der gesehen, teleportieren für fünf Runden, deaktivieren so ein Dimmstarms. Wies. Feuer, Feuer, Feuer! Und Rüstung für die Gegner, alles möglich. Hier Munition leer, klick klack. Ähm, wer bekommt denn die Baum XP? Der Medic würde ich sagen, hm? Sinnvollerweise. Der kriegt ja sonst eh schon keine XP die ganze Zeit. Hm. Ach, der braucht den Rücken. Auch das Malheuer, ja. So, bevor jemand aus Versehen krittet, macht der Medic das einfach. Ich erinnere mich an, äh, Hard Quest. E-Krit, 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 E-Krit. Das war so ein bisschen so hart. Später durften die ja kritten. Was ist damit denn hier noch hübsches? So eine Extrasaat? Mhm. Die geht ja mal extrahieren mit seinem Extra-Extrahierer. Extrator. Extrahierer. Noch irgendwo ein oder sind das alles Gasanlagen? So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten dahin? Mit dem Bus. Ja. Ruf mal den, den Thunderhawk an. Wir müssen abgeholt werden. Geht's da raus? Ja. Dann müssen wir ja dann, hm? Dann kommen wir von hier rein. Da sind wir zwar dicht dran. Wir können einfach die Tür eintreten oder das Fenster benutzen. Das ist benutzt. Na dann sind wir jetzt 25 Runden unterwegs. Oh Mann. Aber hier dürften eigentlich auch keine Gegner mehr sein. Vielleicht ein Päckchen oder so. Geht's schon aus. Und das Päckchen müsste eigentlich bei der Blüte dahinten abhängen. Wir sterben jetzt einfach an, äh, Tim-Sea-Kram, während wir 20 Runden dahin unterwegs sind. Ich will halt jetzt auch nicht komplett umdrehen, weil sonst steht der Medic noch schlechter als er grad steht. Oh Mann, ey. Manchmal hast du halt so große Level. Ich hab dir gesagt, wir können nicht immer 2 Missionen spielen. Ja, alles gut. Das ist, äh... Dann wird nächste Mission die, guck, minus 1 LP. Dann wird nächste Mission die Dreadnought Mission, denke ich. Also, wenn er halt auftaucht. Ich denke, wir reden gleich trotzdem noch mit dem Großmeister. Sonst fängt das ganz komisch an nächste Episode. Das sind nur noch 3 oder 4 Tage, die wir da warten müssen. Hm. Ihr schnüffelt mal hier vorne, ob es noch was zu tun gibt. Oha. Oha. Aber das ist dünn hier, das ist schon wieder ein schlechtes Schlachtfeld. Man muss auf die Distanz gehen. Wir haben keine Distanz. Wir haben auch keine Willenskraft mehr. Wir sind fertig, wir wollen nach Hause, zurück nach Titan. Nee, das ist nett. Zurück auf den Strike Cruiser, wir fahren direkt nach Titan. Wir kommen so in 1000 Jahren wieder zurück, wenn uns das hier auch interessiert. Wir werden erst von Truppen auffüllen. Ich meine, ihr habt während dem Kornkuhl drei Grey Knights verloren. Ich will hier gar nicht ausrechnen, wie langs dauert, bis die aufgefüllt sind. Ich glaube, wir haben mehr als drei Grey Knights verloren, wenn wir noch insgesamt sechs Stück in petto hatten. Ich weiß nicht, wie groß uns Strike Cruiser besetzt ist. Da muss ich ja nachgucken. Aber dann sagst du wieder, ja, aber Grey Knights Strike Cruiser, die sind anders organisiert. Ja, die schicken ja auch keine ganze Bruderschaftskämpfe. In der Regel sind das nicht viele. Das Problem ist, dass der Medica extrem weit hinten steht und ich glaube nicht, dass ich da viel gegen tun kann. Oh, wirklich. Ein Priest. Der erste, den wir sehen, ha? Mh. Soll ich ein Priester. Der bufft Rüstung, glaube ich. Geschwollenes Fleisch. Ja, aber gewaltig. Hast du das gesehen? Vier Punkte, ja. Für zwei Runden. So, wo ist er denn? Was habt ihr denn für Mutationen am Laufen hier, Jungs? Da ist der kleine Skaven. Ähm. Geschwollenes Fleisch. 50% Resistenz. Okay. Haben wir jemanden, wie zum Beispiel unseren Burgator-Freund, der ganz zufällig 14 Felder weit schießen kann und da oben dieses Ding da trifft. In der, der von da aus den Kerl da treffen kann, dann trifft er auch die Plasmaladung, oder? Jo. Definitiv. Nein. Die sind weit weg, Mann. Ihr Kommand. Wir haben niemanden, der die Plasmaladung da oben trifft. Wir können hier unten nur in volle Deckung gehen und wieder mal abwarten auf das, was der Feind macht. Irgendwo wir hier stehen, wie willst du denn da ran? Wir können nach hier, aber da stehen wir unter vollem Beschuss von allem, was da oben runterkommt. Wir können, wir können den Ordenskram auf den da geben. Der kann dann noch einen Schritt vormachen. Das kostet ja nur einen Punkt. Dann machen wir auf jeden Fall noch die Plasmaladung da oben kaputt. Vielleicht fliegt der dann auch so beschissen, dass du den direkt wegböllern kannst. Ich hoffe mal, dass da oben irgendwas passiert. Die Rüstung geht davon kaputt, auf jeden Fall eine Menge. Ah, die wird sowieso aufhören. Der ist, glaube ich, gerade umgedeckt, ja? Ja, der steht gut scheiße. Du, kommst du bis an den dran? Tatsächlich, das heißt, wenn wir... Zum Beispiel... ... mit unserem Freund Justica irgendwo hinmarschieren. Nein, leider nicht. Der kann aber nochmal. Ähm, kannst du danach irgendwo in Deckung hüpfen? Ja, kannst du. Wenn der Interceptor mitschießt... ...können wir den umbringen mit dem Interceptor. Der kann den jetzt knacken. Und eben gerade konnte er doch noch bis 0 dahinter springen. Warum geht das nicht mehr? Die sind aber theoretisch weit genug weg, um dem nicht allzu viel machen zu können. Also scheiße. Ist es. Kann ich überhaupt gerade nichts mehr gegen tun. Steibold ist auch scheiße. Kann der Dichter und dem 2-Punkte-Schaden machen? Ja, hier vorne. Hier. Alles scheiße. Der könnte einen Handgranate da hochwerfen und einfach komplett auf die Seite hier scheißen. Und hoffen, dass der Typ da ins Loch fällt. Weil weg kriegen wir den da eh nicht mehr. Also schon, der kann... Na gut, wenn wir ihn bis hier hin ziehen, ist der auf jeden Fall weg. Baller den Priester mit dem Steibold weg. Du kriegst eh noch zwei Bogen, schätze ich. Darum geht es nicht. Der hatte noch keine Teleporter-Willenskraft mehr. Also jetzt hat er wieder neue gekriegt, weil jemanden umgebracht hat. Siehst du? Geht schon null aus. Der muss in Deckung. Dann... Dann stimmen wir den Justica einfach vor den und machen Aegis Rüstung an. Damit er sich anbietet. Auf den können die von mir auch so viel schießen und die wollen. So, volle Deckung. Volle Deckung. Aegis. Dann machen wir den Rest von der kleinen Traitor Guard noch nass. Kommt her, Kultisten. Kommt her. Ja, so ist es. Was? Was hat er vor? Natürlich kann der Unterdrückungsfeuer von da oben machen. Der hat 20 Felder Reichweite. Ah! 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 Das bringt uns halt nix. Der kann den nicht umbringen. So. Ja, es sei denn du bringst jemanden so, dass er schießen kann. Äh, aber wenn der sich jetzt bewegt, dann kriegt der doch super ekeliges Unterbrechungsfeuer von überall. Hier. Ja, wir beamen den da gleich raus. Ich bin ja kein Trottel. Ja, oder? Fort. Würde der da in Deckung stehen? Ne, leider nicht. Vielleicht trotzdem nicht die dümmste Idee. Gegen den da müssen wir eh irgendwas machen und der da ist zu weit weg, um sich dafür zu interessieren. Ja. Pass auf, jag den da rüber. Der kann seine eigene Deckung bauen. Dann kannst du den Bugator neben ihn stellen und der kann die anderen flankierend bekämpfen. Der baut sich seine eigene Deckung. Aegis Schild. Der hat nur noch. Der muss zweimal auf den draufhauen, damit er stirbt. Dann kannst du den Bugator nachziehen, dann schieß der. Der macht vier Damage. Der macht drei Damage. Vier Damage. Unleash me. Äh. Er muss voll jetzt mal Heels. Jaja, wir lassen voran machen. Eigentlich könnt ihr ihn da einfach am Leben lassen, der macht eh nix. Unleash me. So, das ist volle Deckung. Genau. Den kann er jetzt wegputzen. Wenn wir aber den... Wenn wir den hier rausholen und den zum Beispiel nach hierhin teleportieren, kann der hier noch mitschießen. Der hat noch Munition drin, oder? Ja, hat er noch. Oh, Schuss. Ja, du darfst gleich meditieren. So, ich nehme mich jetzt den hier axt. Wir können nur noch auf den da rüberschießen. Das wird uns aber nicht so viel bringen, ja. Das gibt ja nochmal vier Damage. Oder wir ignorieren den hier wirklich. Das einzige, was der macht, ist gleich eine AP-Granate auf uns zu schießen, wenn hier alles in die Luft fliegt. Ich hoffe, wir sind hier jetzt nicht zu dicht rangegangen. Nee, okay. Der Medic. Kann der Medic irgendwas machen? Der Medic kann hier rauskommen und einmal schießen. Kann er hier auf den da schießen? Nein, macht er nicht. Wenn wir alle zusammen auf den Typ da losrödeln, kann er doch eigentlich gar nicht gewinnen. Wer schießt dann noch so auf den? Haut mal alles raus, was wir haben. Wir bauen dann gleich irgendwas zusammen. Das können wir nicht machen, sonst geht die Warpwoge an. Wie sieht denn die Sache hier aus? Der steht hier gerade null in Deckung. Das hat dem alles hässlich hier gerade. Wo hast du noch einen Schuss drin? Der hat aber noch zwei AP. Na dann, schieß einmal auf den. Nachladen und dann kannst du mit Bugatta noch aufschießen. Richtig. Und das hast du gut gemacht. Hier mit Rüderück. Die ist dann auch tot. Der muss den hier axten. Der braucht, der braucht die Punkte. Mit dem Bugatta auf den, dann hast du nur noch den einen. Ja, und den Machine gar nicht. Der kann auch schießen. Der muss nicht nur unterdrücken oder irgendwelche Faxen machen. Den hab ich völlig vergessen. So, dann verstecken wir den Medic. Warte, ein schöner Plasmaknall. Ich will doch nicht wieder, dass unser Justicard zurück in den Knast kommt. Wow, 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 wow. Na? Gut, dann können wir aber gleich wenigstens oben ganz in Ruhe gegen den 2. Baum kämpfen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen. Du kannst doch sicher irgendwie zu dem netten Kerl da. Bier? Ja, du kannst den sogar zerschreddern. Hey, hi. Dann schauen wir mal weiter. Der Medic. Kannst du die Sache da zu Ende bringen? Hast du noch Munition drin? Ja, hast du. Das heißt, wir könnten den theoretisch da hochpacken. Und schauen, dass die irgendwie auf den da schießen können. Weil ich glaube, anders kriegen wir den sonst nicht um. Kann sogar von hier aus zweimal auf den schießen. So, also einmal hoch mit dem Kerl. Dich stellen wir nach hier. Diese Fäden, die anzeigen, dass man wen beschießen kann, sind die Dütten, finde ich. Das ist halt, wenn sie gar nicht da wären. Das ist wieder so in der Fäßchen im Spiel. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das haben sie gut gemacht. Pass auf uns. Und weg mit dem. Der 3-Punkte-Schaden. Der Fugator ist zu weit weg und muss nachladen, vor allen Dingen. Hä? Jetzt habe ich mich hier selbst verklemmt. 3-Punkte-Schaden. Denken wir natürlich wieder mal exakt nicht hin. So, dass der Interceptor wieder XP leeched. Nur mit Seabold. Ist wie es ist. Einer raus, einer rein. So, dann schauen wir mal, was da hinten so kommt. Wir sind gerade in der besseren Position. Hoffe ich. Wirklich eine lange Mission hier. Dafür, dass das eine ist. Aber auch eine riesen Map. Ich gebe mir Mühe, okay? Ich bin bei dir. Ein Spacey und Maschinen-Gunner. Und ist das ein normaler Autocannon, hm? Ja. Storm. Iomanthus. Gut. Der hat hier auf jeden Fall gute Overwatch-Position. Er lädt seine Fakten mal nach. Der Medic bleibt da unten stehen. Was ist dein Willen? Was ist dein Willen? So, Storm. Du kommst auch da runter. Damit du gleich rüber kannst, um Leute anzuschießen. Weil das vielleicht eine hässliche Position ist. Aussehen, nachdem wir die hier in die Flanke gehen wollen. Wir laden alle mal nach. Du gehst hier unten in halbe Deckung, machst dein Schild an. Anbieten. Damit die Jungs auch herkommen. So, du lädst trotzdem auch nach. Wenn wir gleich volle Firepower haben. Wie sieht es bei dir aus? Du bist voll nachgeladen. Du kannst nicht viel machen außer Aegis-Schild. Der ist auch Canon, schätze ich, oder? Der Aegis-Schild. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Die können sich psychisch schützen, oder? Ja. Das haben wir in Rüstung auch an sich. Was hat er denn vor? Der heißt sogar Aegis-Rüstung. Aha. Man bleibt in der Chaos-Space-Screen einfach sitzen dahin. Man macht gar nix. Der OP legt seine Truppen. Einen Scheißdreck macht der. Einen Scheißdreck macht der. So, Mister... Mister Storm. Yes, come on, sir. Wir haben keine Teleportation. Wir haben keinen Teleport-Juice mehr. Ja, der sollte ihm da eine kleben. Hupf. Alter. Äh, deaktivieren Fernkampfwaffe. Das ist das Stück, Alter. So casual auch. Deaktivieren Fernkampfwaffe. So, der macht ihm acht Punkte Schaden. Das reicht uns leider nicht. Das ist der einzige Weg, den der schwere Terminator gehen kann. Das würde reichen. Das würde reichen. Boah, Alter, der andere muss jetzt taub sein. Wie dein Interceptor geht. Geht ja nicht anders. Das ist aber auch ne starke Fähigkeit. Komm schon. Die Schmerzen. Unleash me. Was ist dein Will? Mein Blatt ist immer bereit. Kann der einfach den Schritt hier auf die Seite machen? Wenn wir den jetzt tötet, stehen wir nämlich scheiße da für den Chaos Space Marine. Your command. Wenn der da reingeht, steht der halt scheiße für den Chaos Space Marine. Ist das da doch das hier ist ein Einser. Das heißt, wenn der aus dem Weg geht, kann der den töten und danach noch in Deckung gehen. Ja, der hat nicht für so Bock abzukämpfen. Oder doch nicht. Dann muss ihn dann erschießen. Dann muss dann halt seinen Storm Bolt in die Fresse drücken, weil wir können hier auch mal wieder nicht diagonal angreifen. Ja, so sieht das aus, wenn von einem Storm Bolt direkt ins Gesicht geschossen wird. Sie haben mich ins Gesicht geschossen, das dürfen sie nicht. Das ist kein. Und du da hinten? Schon Angst gekriegt? Er kann den gleich schön flankieren. Ja, soll er hier stehen bleiben. Wir lassen den... Wobei, es ist egal. Wir machen den Aegis mal an. Das ist aber so weit, kann der glaube ich gar nicht schießen da hinten. Das ist alles. Dude. Ihr regt mich auf. Warum soll sich der Hinterbeam den anfletzen? Der Pugato spielt runter und beendet's. Der kann sich nicht mehr teleportieren. Teleportieren ist vorbei. Der kann äh... Der kann tatsächlich nicht an dem vorbei. Hier runter und hier wieder hoch und... Vielleicht über die Kante. Ich weiß nicht so, dass dein Tift... Nichts auf den Typ da schießen. Der sieht den nicht mal. Der könnte hier runter springen und für drei auf den schießen. Dann wäre die Rüstung weg. Der würde vier von Storm kriegen. Dann hat er immer noch neun. Das ist dann ein bisschen zu viel. Na gut. Ähm... Bis hierhin ist ja fix. Egal was wir vorhaben. Er hat Munition im Ballermann. Bis dahin ist fix egal was wir vorhaben. Dann springst du... runter. Da machst du nämlich mehr Schaden. Da machst du mehr Schaden. Ich glaube oben ist da tatsächlich noch ne Kampfgruppe bei dem Baum mit dabei. Leider. Ja. Dann haben wir maximal viele EP gekriegt. Ja. Glock, 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 Glock. Ein paar lange hier rum gearbeitet. Schön wir haben hier gut gekämpft. Okay? Ja. Bis jetzt habe ich mir noch nichts vorzuwerfen. Es ist vielleicht einer leicht verletzt. Aber nicht unbedingt. Das ist irgendwie gerade ne dumme Idee anscheinend. Wenn ich da rausgebe auf den zu schießen. Das geht. Ja. Na dann. 4 HP. Problem ist eher, dass der gute Kerl immer noch Overwatch hält. So, da ist die Munition aus. Unleash me. Der kann halt wirklich nicht hinter den. Wir müssen dem Punkte geben. Your commander. Your commander. Your commander. Oder... Wir geben ihm die Punkte. Dann können wir ihn schießen. Kannst du jetzt nicht nachgucken. Kannst du jetzt nicht nachgucken. Aber der war voll. Der hat einmal geschossen. Dann könnte der halt die XP kriegen. Wahrscheinlich besser, als wenn der Interceptor das schon wieder macht. Das ist ein guter. So, wir können jetzt mit ihm hier noch einmal auf den schießen. Dann hat er nur noch 3. Und dann kann der da den komplett wegputzen. Direkt. Das ist lustig, dass man weniger Schaden macht, wenn man von weit weg schießt, weil weniger Schüsse treffen. So. Mio, Mio. Zwei Stunden Episode, eine Mission. Alter. Vielleicht teilen wir die. Was ist denn, wenn wir dann mal eine echte Mission spielen? So eine Story Mission oder so? Art. Eins. Drei. Aber man hat nur zwei Episoden die Woche oder sowas anstatt drei. Die Leute kommen schon zurecht. Ihr kommt schon zurecht, oder? Da ich Hauptkunde bin, ja. Du bist Hauptkunde. Ist das so? Ich guck das auf jeden Fall. Meinst du, du bist der älteste Abonnent? Ich glaub nicht. Oh je. War doch live bei der Gründung dabei. Nein. Wieder minus eins. Ne, Max WP. Die haben uns Willenskraft gestohlen. So, können wir dann endlich in die Fabrik, bitte? Wir wollen nach Hause auf die Baneful Edict. Ob die überhaupt noch da oben sind, solange wir hier unten sind. Ja, eine Patrouille, die auf, was auch immer das ist, aufpasst. Es kann sein, dass das tatsächlich kein Glockenbaum oder so ist, sondern dass das nochmal ein Priester oder so ist, der da hinten dann drin steht. Aber nachdem wir nichts mehr haben, außer unsere Waffen und unsere Schwerter. Ja, weil wir können sonst nichts mehr tun. Wir können nicht mehr zaubern. Wir haben nur noch Waffen. Wir haben nur noch Waffen. So. Wir haben tatsächlich noch eine Frag, aber, ne? What is your will? Vielleicht ist es die gleich. Hoffe ich doch, weil wir nehmen die nicht mit nach Hause, sonst kriegen wir nächstes Mal weniger. Die ist doch schlecht. Ja. Gut, hier drin sind ein Haufen Plasma-Generatoren. Eine Frag macht sich vielleicht ganz gut da drin. Dreht die Tür ein, Zwerg. Wir legen los. Run! Die Rumba laden. Ach, noch ein Glockenbaum, das ist easy. We have to stop it! Ja, aber das ist nicht schlimm, passiert ja nichts. Drei Spaces. Ich sehe Bolter. Da war ein mit einer dicken Rüstung. Ja, aber hier ist ein Plasma-Generator nach dem anderen, den wir einfach so zerzwiebeln können. Glaube ich. Stehen die Fässer da im Weg, ja? Ja, spreng mal weg. Wir sprengen die ganze Bude in die Luft. Jetzt auch Platz. Jetzt zieh Schluss mit lustig. Hier ist jetzt Achterbahn. Hier ist jetzt Achterbahn. Da muss ein Stück vor. Jetzt, wo hier alles kaputt ist. Danke. Wat? Hä? Wat? Weil ihr mir das nochmal erklärt? Ich meine, ich spreng das Ding jetzt. Okay. Nur gar nicht. Gehen halt einfach rein und dann töten wir die. Okay, wir gehen jetzt nochmal alle kurz raus. Weil wir haben nichts mehr, was ich in die Luft sprengen kann. Schaden um. Ähm, ja. Was sind denn hier gute Positionen, die wir einnehmen können? Das hier oben sieht gut aus. Der kann da Rüstung machen dann. Da steht er gut. Glätter mal. Und dann Fenster einschlagen. Haha. Komm, der Twister-Typ. Oh, Space Marines. Ja. So, da können wir noch sprengen und da müssen wir tatsächlich mal kurz hin hüpfen. Wenn der Baum da ist oder nicht, da müssen wir halt rein und wieder raus. Unleash me. Your orders. Unleash me. So, du gehst hier in Deckung. Machst dein Schild an. Wir haben doch genug Warp, damit wir Schilder machen können. Ja, 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 ja. Du gehst komplett aus dem Bild, hätte ich gesagt. Der kann den noch sehen. Sogar sein, dass der den sehen kann. Bringt nix. Ja, bringt nix. Dann soll er ganz aus dem Bild gehen. So, und du stellst dich gemütlich nach da und machst deinen Aegis an. Aegis Schild. Nurgle Protects. Ach, der heilt sich, der Drecksack. Plague Marines, hm? Stell euch alle schön auf einen Haufen, dann schicke ich euch den Typ mit dem schweren Bolter runter. Riecht nach einer Granate. Meinst du? Das riecht mehr nach Streuschuss. Der trifft die von oben wieder nicht. Der müsste hier hinter die hüpfen. Und dann haben die wieder alle Rüstung. Ist das Rüstungsdurchschlagen? Ignoriert halbe Deckung. Verbraucht gesamte Munition. Spannweite. Schade doch. Du könntest... Kann der andere ihm Dings geben? Apri? Ich glaub wir sind aus. Komplett. Schade. Die Hunde. Die stehen da unten in voller Deckung, die Hunde, gell? Malkus. 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 Ich muss rein, mein Herz. Ich hab mal das Gefühl, dass die Granate nicht viel bringt. Weil wenn ich die jetzt da reinschmeiße, fliegen die zwar aus der Deckung raus, aber dann stehen die halt einfach nur verteilt da unten rum und der Baum heilt die dann. Dann kannst du die aber Streus schüssen. Wie denn? Wenn die hochfliegen. Die fliegen doch nicht hier hoch. Meinst du, die fliegen hier hoch? Ja. Okay. Quart Titan. Wir finden's heraus. Kommt die hier hoch zu uns? Was ist denn? Gegen die Wand. Das ist billig. Was hast du denn gedacht, was passiert? Da hab ich dir doch gesagt. Er trifft die nicht, die Granate war komplett für'n Arsch. Scheiße. Die Granate war komplett für'n Arsch. Den da könnten wir wahrscheinlich dran kriegen, wenn wir den hier ein Feld umparken. Handeln. Besser wie nix. Ne? Dann war die Granate zumindest nicht ganz für'n Arsch. Darf ich so oft Arsch sagen? Werden wir jetzt demonetized? Nein. Das ist ganz neues Wort. Alter. Der trifft ihn einfach wie ein Scharfschütze. Jeder Bolt hat getroffen. Wer ist der Typ? Der ist einfach komplett zerfallen. So. Du machst nochmal Rüstung an da oben. Gefängnis. Ja. Wieder. 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 Alles gut bei euch? What? Der muss nachladen. Der kann eigentlich seine zwei Punkte Rüstung behalten. Der steht ja in voller Deckung. Die treffen ja maximal für drei. Das heißt volle Deckung. Die dürfen ihn eigentlich nicht durch die Rüstung treffen. So. Du gehst nach Hause. Du machst gleich noch geheiligte Todeszone. Und dann springen wir da voll rein und veraxten die. Ich scheiße auf den Baum. Okay. Was willst du denn? Was soll der Baum denn machen? Aua. Auf wem? Alle. Der große Space Marine. Der kleine Space Marine. Die gucken beide auf derselben Kopfhöhe da rein. Nur dass da einer auf einer Kiste steht. Das bringt uns nichts da rein zu schießen. Ne. Gar nichts bringt uns das. Gar nichts. Die Mumpeln. Macht mal was. Sonst kommen wir runter und verprügeln euch. Aha. Geil. Reward for my loyal service. 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 So. Was machen wir denn hier Feines? Geheiligte Todeszone und dann mit den Schwertern da rein. Hast du gesagt. Reif ihn. Ja mach mal auch. Geheiligte Rhabarberzone. Und jetzt gibt's aufs Fressbrett. er macht nur einen angriff dann ist er fertig ok da müssen wir kurz anfangen durchzurechnen der macht erstmal nur den einen kann den nicht treffen von da wirklich nicht oder deckung er kann halt zweimal der wäre auch stabil genug um das auszuhalten was immer da unten passiert die kommen da ja nicht raus egal was ich jetzt mache die werden da unten nicht raus marschiert kommen du musst schaden einstecken er hatte schon mal neuen freund jetzt oder so es ist ja kein backstab weil der kann ja von hier oben zweimal schlagen der könnte den töten okay der ist tot der ist tot dann holen wir den hier rein der kann noch zweimal schießen dass wir den hierhin stellen könnte die beide treffen ja und dann noch mal nahkampf machen wenn es sein so du kannst bis nach da laufen und nichts tun okay du kannst bis nach da laufen und tatsächlich für vier punkte schaden auf den da unten schießen ich glaube hier kommt was zusammen hier kommt was zusammen dein schädel ist umsonst ja ein schädel fliegt nicht weit genug er hat dann noch 7 das heißt das was da steht das was übrig ist geht dann schießen wir halt von oben in den scheiß kopf ist nur ein damage weniger der andere gilt dann wir brauchen halt noch zwei schüsse damit der da arbeiten kann sonst hau das hier alles nicht schießt erst mit dem der kann sonst eh nix machen so war sogar ein krit die sache ist halt die der trifft von da aus den da problem ist halt aktuell problem ist halt aktuell ist mit dem hier noch mal schießen müssen trotzdem den da irgendwie noch töten der kann bis hierhin dann kann der schießt aber der kommt nicht bis darunter der muss darunter springen damit er dem nahkampf schaden machen kann dann kann der apothekarius sie töten er kann bisher da die könnte dann zweimal auf den da schießen das könnte uns vielleicht helfen kann das zweimal schießen oder ja ok der kann jetzt dann zweimal auf den da schießen sogar mit sie einmal das heißt er kann den da töten allein der apothekarius kann auf den da schießen und kriegt dann unterstützung von ihm dort mit sie wer der da dann tot der macht vier punkte schaden ja ja und den anderen kann es auch so ist es der springt da rein schlägt den da zieht vielleicht die saad ab und der da ist schießt sehen und liegt dafür die punkte taktik hat sogar ein level up gehabt so dann leaschen wir das ding da noch schnell weg dann erschießen diesen gottverdammten glockenbaum kommt dann aus einer viel zu langen episode raus was eine mission man das so früh im spiel ich hoffe jetzt kann sich dir vorstellen warum es leute gibt die behaupten dass das spiel hier ein bisschen zu kribbelig ist schwer umständlich manchmal ist halt so ja wir hätten extrem viele fehler machen können schätze ich einfach wäre wie star wars wir heilen den hier noch auch wenn ich nicht der meinung bin dass das irgendwas bringt weil ich glaube es geht tatsächlich darum wie viel schaden die jungs genommen haben nehmen die doch mit da bin ich mir halt nicht sicher jetzt haben auf jeden fall alle volle gesundheit und wir rauskommen der medic hat sich schon gekümmert unser apothekarius hat alle leute vollgepackt niemand muss mit fehlender gesundheit hier rauskommen dann müssen wir das vergleiche auf der edikt und dann kann man sagen ja das können wir gar nichts sagen weil so viel schaden haben wir nicht genommen hätte auch sein können dass die jungs da einfach so wenig schaden genommen haben dass sie nicht verletzt sind dadurch ich meine es hat niemand ernsthaft viel schaden genommen das ist ja auf jeden fall außer der baum da der faste gerade richtig was soll er machen ist ein baum mit hörnern dran und einem großen gezahnten loch in der mitte du kannst noch du lädst nach langsam jetzt zeit darüber nachzudenken wer den baum erschießen darf ich denke das ist wieder so eine medics sache wir haben aber fett ep gemacht da brauchst du jetzt nicht also ich glaube wir haben jeden getötet der auf dieser map hier gelebt hat und der noch nachkam und der noch nach wir haben auch jede warp präsenz komplett vernichtet gut ich glaube irgendwie haben wir das gefühl dass wir das großmeister gespräch verschieben und sofort schluss machen wenn wir hier rauskommen sonst wird das hier einfach viel viel zu lang ansonsten müssen wir wieder mit den anderen leuten reden und dann sind wir hier tatsächlich in einer zwei stunden episode das wird direktes cut ich kann zwischendrin ein bisschen nachdenkkraben rausnehmen hat der noch okay dann sind wir wahrscheinlich aber trotzdem bei mindestens einer stunde 30 was der hölle baum da woher gekommen bist ab nach hause drag knights endlich wirklich gut gemacht ich bin sehr stolz auf die mission hier ja ist gut ausgegangen tatsächlich wir haben uns gut geschlagen ab nach hause also ich meine ja die mission war lang aber die mission war gut ausgeführt hat sich gelohnt war am anfang ein bisschen also was heißt die gegner haben natürlich eine bessere position als wir da unser interceptor ist blutig kann sein dass der verletzt ist auch wenn mit voller gesundheit rausgekommen ist heftig dann spielt das doch eine rolle das sehen wir gleich so was haben wir hier die ist abfall der psi angriff erlangt plus eins bereich das heißt er kann sich ja mit dem kreis drehen trotzdem abfall der psi bolt erlangt plus eins betäuben vorteil wäre hier dass der kerl plus eins im magazin hat ja aber die benutzen wir nicht mehr die hat keinen erhöhten schaden was haben wir hier hübsches dieser ritter erlangt plus zwei krit schaden bei seinen nahkampf angriffen das nehmen wir mit das könnte gut sein ja die anderen punkte heben wir uns für den großmeister auf weil das hier könnten wir dann auch so jemanden wie storm abgeben der dann mit hammerhand einen garantierten krit machen kann könnte hässlich werden dann wenn der da kommt ja der zweite slot für den justica der kriegt auch hammerhand das ist dann das ist gut boah das ist richtig stark ey ja guck er ist verletzt obwohl er mit voller gesundheit rausgekommen ist das heißt es kommt drauf an wieviel schaden die in der runde nehmen nicht mit wieviel die rauskommen alle vier haben ein level up gehabt nächstes mal nächstes mal wenn ich zwei hätte okay wir sind jetzt trotzdem hier raus das hier ist unser endscreen sieht aber schön aus oh danke fürs zuschauen liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal wenn wir vom großmeister angerufen werden ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020